Leute, wir müssen da was gerade rücken. Es geht um unser Video über Friedrich Merz. Im Video geht es um die Klischees, die über Merz verbreitet werden. Er sei neoliberal, homophob und eben rechts. Das Video könnt ihr hier sehen. Beim Teil über den Background von Friedrich Merz haben wir erwähnt, dass sein Opa Mitglied der NSDAP und der SA war. Wir wollen euch kurz Kontext geben, warum wir das gemacht haben. 2004 gab es eine Debatte über das Geschichtsverständnis von Friedrich Merz und über das Verhältnis zu seinem Großvater Josef Paul Sauvigny. Den hat Merz damals lobend erwähnt. Er sei eine, Zitat, beeindruckende Persönlichkeit gewesen und ein erfolgreicher Bürgermeister. Merz hat betont, mein Großvater ist kein Nationalsozialist gewesen. Tatsächlich war Merz' Opa Bürgermeister seiner Heimatstadt Brilon bis 1937, also auch während der Nazizeit. Er war Mitglied der NSDAP und der SA. Der SA ist ja schon kurz nach der Machtübernahme der Nazis beigetreten. Und ja richtig, Millionen Männer und Frauen waren damals Mitglied in Nazi-Organisationen. Friedrich Merz kann also absolut nichts dafür, dass sein Opa Teil davon war. Merz hat sich damals in einem Statement zu Nazi-Vergangenheit seines Opas geäußert und kam damit einer medialen Veröffentlichung zuvor. Wir hätten entweder die komplette Kontroverse nacherzählen müssen oder es rauslassen sollen. So war es inkonsequent. Und so sah es für einige wie ein Fremdkörper aus und auch die Kapitelüberschrift Funfacts war deplatziert. Das tut uns wirklich leid. Uns ist es wichtig, dass durch unsere Videos keine Missverständnisse entstehen und dass unsere Argumentation immer klar nachvollziehbar ist. Das ist an dieser Stelle ohne den Kontext nicht möglich. Deshalb haben wir die Stelle aus dem ursprünglichen Video auf YouTube entfernt. Wir hoffen, dass diese Einordnung für euch nachvollziehbar ist. Danke für euer Feedback. Danke für euer Feedback.